hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal sofort und gleich und heute stellen wir euch mal wieder den daily shop vor der letzte shop hat 66 punkte bekommen von uns beiden zusammen mal gucken wie dieser shop wie viele punkte er bekommt die ersten sind ja noch gleich hier ja die erste ich weiß nicht mehr wie viele punkte ich darauf gegeben habe ich glaube auf dem bike habe ich 3 gegeben können sein 3 das kann sein ich glaube ich sieben gegeben ja nee da habe ich glaube ich eingegeben bei der frau drei gegeben so rum was genau vier vier punkte die ganze zeit gegeben dann das da das war ja da habe ich null punkte gegeben und da habe ich ein punkt gegeben sondern fünf und hier habe ich fünf gegeben es würde es waren zehn richtig jeweils noch bei zehn jetzt kommen wir heute schon zu einem neuen mode und zwar gut schütteln mit so cool ich würde sagen 8 von 10 ich finde den super cool so ein bisschen salsa style mäßig mit dem maracas können wir ja noch vorhin die menschen oder maracas bieter maracas in der hand ich finde den mega geil neun von zehn neun von zehn ist wie viel bist du geh nochmal zurück wie viel ich weiß ich weiß nicht mehr was ich dann geben ja ist egal gibt einfach da waren sieben soweit ich das weiß und da waren es zwei glaube ich neun da waren es glaube ich auch sieben bei 16 quasi ja da waren es glaube ich sechs oder so also 22 die müssen bei 22 und gut schütteln gibt es neun also es sind 31 31 bis 18 bis jetzt dann kommen wir zu mpx ich würde sagen ich feiere die jetzt nicht so also ich würde sagen ich gebe jetzt mal sechs von zehn ich finde die mega mega nice und auch darauf gebe ich dann acht von zehn jetzt bist du bei wie viel weiß ich nicht mein hirn arbeitet um die uhrzeit nicht mehr wirklich aber aber es wird immer zurückgehen müssen ich brauche die buntseite von ich fange jetzt noch mal das kannst du später dann keine ahnung crimson scout so ja fang mal an nein du fängst an ich soll damit anfangen ja was soll ich dazu sagen ein elegante skin mit hochgegelten haaren das ist ja ich weiß in rot ja spannend 2 von 22 was ist der gleiche ist richtig großzügig ich gebe 0 von 10 ich bin jetzt bei so arktik assassinen straight up mit sehen da gibt es nur zehn drauf verstehe ich zum beispiel nicht verstehe ich zum beispiel nicht ich finde jetzt nicht schlecht aber da wir ja noch kein arktik gebiet haben auf der map also wir haben jetzt inzwischen kam mir das wüsten gebiet noch mit hinzu da würde ein wüsten skin ganz gut rein passen ich vermute dass irgendwann noch arktik mit hinzukommt wahrscheinlich dann der nächsten season oder so gehe ich stark davon aus weil sonst macht dieser skin hier relativ wenig sinn meiner meinung nach ja also ich sag bei dem ding jetzt mal fünf von zehn mehr nicht für mich ist das fünf von zehn ich mag den nicht nur ich liebe den als also ich muss ganz ehrlich sagen das ist einer von diesen total bescheuerten dingen die nachdem ich das erste mal gesehen habe habe ich irgendwie ich bin dann irgendwann nachts ins bett gegangen und hatte diesen sound immer noch im kopf gehabt das hat sich so richtig ins hirn reingebrannt ich finde das so geil das ding ich finde das wirklich mega geil und das ist einer der wenigen wo ich sage der bekommt von mir zehn von zehn zehn von zehn ohne scheiß ich finde den mega jetzt hast du mich jetzt für meine wieso ist ja deine entscheidung ganz dagegen hast du willst also für diesen tanz weil es ist einfach nur ich gebe höchstens höchstens fünf aber alle höchstens ok da haben wir zum schluss jolly roger 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 also was mir dran gefällt ist der totenkopf das bedeutet ich würde sagen ja eins von zehn für den totenkopf eins von zehn ja ich sag mal so drei von zehn okay dann war es schon wieder von diesem denn ich habe die jugend zu voller wie ich mich selber leiden aber kontakt bei bisher ein und was in der nächsten folge werdet ihr dann das ergebnis sehen von uns wie viel es in der letzten heute halt da und wege ich werde das jetzt nach der aufnahme zusammen ja bis dahin und ciao